So, willkommen zu einem nächsten kleinen Vorgeschmack auf das Let's Play nach Coded Arms das nämlich Coded Arms Container, ich muss den Tonhochschrauben scheiße das ist nämlich der zweite Teil von diesem Spiel ja links nehmen wir wieder der Dr.D Hallo, oder sind spitzsam diesmal DTD was ist das? Alle ging alle die wechseln die Waffe mit nur links diesmal mit rechts, diesmal nachhören weil wir sagen wir nur 5 Schuss in der in dem Scharfschützenwehr ich kann meine Waffe nicht wechseln nach links mal, mit dem linken Steuerkreuz ach, Leute, man kann die Patronen aufsammeln, das ist sehr kacke Alter, das ist ja auch viel, viel besser wie das andere ja, die Grafik vor allem, ne was ist denn das, Alter? ist ja wie Halo ich kenn Halo nicht mal wo bist denn du? ich hab die vorhin gesehen, aber dann bist du irgendwo aufgehauen echt? ich hab keine Ahnung, ob du bist Alter, was ist denn das für eine Intensivkarte ohne Scheißwitze? ich hab keine Ahnung nach dir Eid im Loll, fick dich hä? ich hab noch 20 Leben deine Mutter Loll, wie kann man denn hier nachladen? Alter, es geht gar nicht und hier doch nach rechts z z z z z z z z weil du hast keine Anzeige doch jetzt wieder hä, was ist denn hä? du bist grad despawned, heißt äh Loll ja, du warst grad irgendwie noch am Boden und ich konnte dich noch anschießen bei Pistole hast du unbegrenzt Money, oder wat? das warste kacke hm hey wie alter, das müssen wir mal zu achten oder zocken, alter ohja macht so Pfandern weil man die Schritte ja gar nicht hört ich weiß ja nicht wo du bist, aber ich bin hier irgendwo ne wie so nicht wo ich gerade bin ja das ist auf jeden Fall besser ohja aber die Waffen sind halt auch so wie Halo, eh da gibt mich gar nicht, aber und das ist wie Benutzung, war halt ne Blitzpistole, ne? ne so, wo bist denn du? eh Blitzpistole wo bist du? obwohl ich die anders in Erinnerung habe was? die Blitzpistole die hat immer so ne kleinen blauen Kugeln abgeschossen oh hast du das gehört? ha 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 geil, wa? was war das? ja, weiß ich auch nicht granate? weiß ich eben nicht aha, ok oh, bist du nur zum Teufel die Karte ist echt groß was gut ist, ich für Zwinner ja sei ruhig wir haben halb Minuten heißer naja kannst du alles schön rändern dann mh über die Nacht ma du musst dafür sorgen, dass die Stromzufuhr gesichert ist die Stromzufuhr ist immer gesichert wird nie abgemacht ne? wieso auch doch, wenn du mal irgendwo mit hin nimmst wa? wenn du mal irgendwo mit hin nimmst ach so, ja, klar wo bist du? bei dem Tischten man, ich weiß doch, ich bin hier in irgendeinem Raum was weiß ich ey, kannst du auch nicht wie groß du der Map einstellen echt nicht? ne, hier gibt es nur 5 verschiedene Maps tja tja auch wenn du dann mit 8 Leuten zockst passen ja wirklich 8 maximal 8 Leute hoch wo wo in welche Richtung läuft die ganze Zeit läuft links rum oder ich glaube überall rum hammeröde ah, ich bin äh, sammelt gerade jetzt mit Munition eines gut so, dann kann man doch mal ein bisschen erschrecken m m lol lol ich höre das aber das ist die Minigand, ne? weil, was machst du, du? du verbeißt du eine ganze Munition, ne? weil ich bin einmal rum, wo keine andere Tür drin ist doch einer hey, wo bist du denn das? ich hab keine Ahnung, was ich höre es oh, mein Gott kannst du das hören? okay, oh, ich wies ungefähr wo du gerade bist ja genau, da nehme ich das ist was ist denn das? ich hab schon wieder eine 20% ey ich hab's irgendwie so ein bisschen gehört, du siehst ja ich hab nur 70% ey ey ich hab nur 70% ich bin scheiße ne h h h h wieso werde ich dir in VDO und tödlich die Stiftungen mit der Pistole ich hab' gerade mit meinen Minigun tausend Schüsse auf die Appel Mueller ich hab dich von mir das neben abgefeuert ja und du hast mich gar nicht mit den jetzt liegen 20 Prozent ich hab noch 70 erstens und zweitens weil du mich damit gar nicht erreichen konntest ich war zu weit weg selbst für die Sniper musste ich zweimal ran zoomen hey ich hab aber gesehen dass ich mich getroffen hab das war wohl eher dass du getroffen wurdest doch wenn wir werden und rote sein ein bisschen müssen wirst du sehr ein von der das ist das er dass du sie gehen dass die Gegner die sie ja noch dass man ja und er hat die ganze Zeit auch gefeuert aber ich habe nicht zu bekommen sie steht da ich hab dich die ganze Zeit mit der Pistole Tja, Sniper halt, ne? Na, wie findest du denn das bis jetzt so? Kacke, weil du hinten liegst. Da wird's ein bisschen lauter geschraubt. Was machst du denn da, um auf der Visio rumzuspielen? Mein Gott. Jetzt sei siebzig Patronen für die komische Blitzpistole. Bist du denn du? Ich glaube, jetzt mal in die entgegensetzte Richtung. Ich lof immer und überall lang. Ich lof immer lang. Keine Ahnung, wo du bist. Sonst zieht Pistole aber nicht viel schneller. Keine Ahnung, Alter. Marc, wo ist denn du, Alter? Vielleicht kämp' ich ja. Alter, kein Wunder. Na, wenn du jetzt hier rumkämst. Aber wenigstens läuft's flüssig, oder? Wenn ich mal hier so umschau's, ist es flüssig. Ma, wo bist denn du? oh ja was war das ich hab keine ahnung wie ich das höre vielleicht ein bisschen irgendwo das soll ich jetzt weniger ich weiß nicht wo du hier rumkämst aber das wird mir jetzt echt ziemlich langweilig weiter 6 0 6 0 ich hab ihn gesehen warum alter weil ich dich gesehen habe ich bin mir gerade hinterher ich konnte gerade mit der Kamera die Hände nachher laufen echt ja hammer vielleicht jeden dritten ja warte mal hast du warte hast du das hier warte ja ja da hinten war er ja 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 so ich bin dann welchen zu lösen dann um ja ich bin dann gleich und wieder gespawnt ich bin dann gleich und wieder gespawnt machst du das auch immer was am welchen Ort wieder spawnen ich kann man ja sehr merkwürdig mal jetzt ist die ganze Muni die ich gesagt habe wieder weg ey was für ein Rotz ich hab keine Muni mehr für Scharfschütze Dreck erledigt sich halt mit der Pistole erledigt sich halt mit der Pistole hm 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 da ist er da ist er da ist er von hinten genau oja Post alter wo wo da ist er s m m m ich habe noch 100 Prozent was ist denn das ich werde gespawnt haben nur noch 80 von 100 Prozent ok hm ja keine Ahnung wo das habe ich gehört und zwar nicht gerade leise denn ich nicht ich 5 m ich wo ich 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 Wer füllt mal eine Granate? Woah! Alle haben Damage bekommen! Kunde! Ich hab die random und wohl geworfen, WTF! Wie sagst du Damage gekriegt? Ne, jetzt mal im Ernst, wie sagst du Damage gekriegt? Ne, es war fehl Ne, hast du das Damage gekriegt oder nicht? Alter, Alter, warte mal, eine halt noch Ich weiß, ich kann nie Geräuschen zuhnen, wo die herkommt Ja, aber war das sehr nah Ist das hier nah? Warte mal, soll mal ruhig kurz Warte Hälften weg Was ist weg? Da ist er! Woah, deine Mutter G- 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 konnte ich auch ganz sehen mein Gott mal kurz mehr an dass du das hier ja hat mich gesehen selbstmord Armin wir sehen uns in der nächsten Folge hoffen etwas spannender und eine andere Karte bis dann Ciao